Harry, wir gehen auch so, wir gehen auch so'n Weg, Juhu. So. Haben wir schon mal eine Ranke weggemacht. Heute bin ich mal genähten, ist aber auch sehr viel entspannter die Sachen, sag ich mal eins zusammen. Wenn ich nicht mehr so ganz so nah dran muss. Schwups, schwups. Da oben blinkt ja auch noch was. Aber das krieg ich nicht mit. Die Findo oder Reducto kaputt. So, jetzt kommen wir auch hier rein. Okay. Wir sind doch bestimmt nur noch. Also hier müssen wir mit Licht arbeiten. Hinfort mit euch. Ah, der Kling war auf jeden Fall nur noch noppen hier rein. Flitterer brauchen wir. Was ist Aquamenti hier? Wir sind ja gar nicht. Okay. Wir müssen hier Glanzen Äh. Unkrautverdichtungsmittel anwenden. Ja. Da ist wieder der Teufelschlinge. Und. Der zweite Arm ist auch weg. So. 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 Jetzt aber. Sieht auch geil aus. Haus mit seinen Studenten Hütchen hier. Und dann diesen. Diese Glitterer Brille. Was ist das denn? Was soll denn das sein? Okay. Einfach nur kaputt machen. Professor's Baut. So. Komm raus da. Eine Pflanze. Oh. Und wieder richtig. Wieder noppen. So. Hier mit dem Dingern. Was will ich denn hier machen eigentlich? Äh. Schlüssel. Achso. Wir brauchen einen Schlüssel. Wo gibt's den Schlüssel? Hm. Okay. Guck mal. Ah. Ah. Da. Jetzt. Drei von fünf. Drei von fünf. Oh. 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 so sauber aufeinander gestapelt erst mal demolieren paus wütet hier wenn da es die professors braut sehen würde scheint hier ein bisschen wüten aber nicht raus wofür diese verschiedenen drei farbigen okay was das nach nach da drauf träufeln irgendwie die zwei anderen farben ich wollte irgendwie so ein drehzell draus zu machen aber hin fort mit der teufelsschlinge die wlan verbindung verloren das nervt aber auch irgendwie das ist so undeutig vor allem erwähnt dass ich halt da lang habe angeschlossen habe ist überhaupt gar nichts mit wlan habe ich wieder eingerichtet mit der plästich ich glaube ich muss mich überpacken werden alles eingerichtet mit der plästich mit einfach direkt wie gesagt LAN Kabel reingesteckt wir können den da oben noch kaputt machen auch wenn es nicht egal war gibt nur ein paar noppen wo gebe ich den schlüssel jetzt kann ich auch hier das machen lieber vorher machen bevor ich hier die teufelsschlinge bekämpfe und dann bin ich hier raus und kann das eben nicht mehr machen das wäre ärgerlich und da noch schön die blauen noppen mit eingesammelt uh da ist nur noch mehr blauen noppen was ok kann ich sagen wir sind immer weit weg gewesen wofür sind diese rosen dinger hier wieso kurzer cut falls da irgendwie so ein tuk 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 im hintergrund sein sollte wundert euch nicht das ist meine frau die macht also mit so einem filzstift die etikettchen für die weihnachtsgeschenke Kinder schreibt hier halt Namen drauf und man weiß ach das ist für den das ist für den oder kommt man da schnell dort mal durcheinander beim auspacken sieht man es dann ja aber es ist auch irgendwie viel blut wenn der eine die Geschenke des anderen auspackt so hat er das gar nicht so gehört so ein klocker klocker schick hä zopft die mir an die tür und übernehmen weil ich da filzmarker schuh also morgen ist nämlich wo ich diese aufnahme mache heilig abend aber ich brauche noch ich muss jetzt heute noch ein bisschen aufnehmen weil sonst gehen wir die videos aus weil ich feiertage ich weiß auch nicht ob diese partie genau online ist ok da haben wir ein eis also irgendwo auch ein kessel um äh ja eine stärke trank zu machen ne aber aber haggard die müssen ja echt eine gute freundschaft gehabt haben oder die aragog und ähm haggard hopp 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 ich hab jetzt nicht so ganz verstanden этом das problem ist weil hackli ganz nüchtern wie éir ist einfach haben wir einfach sagt was Duty braucht der eini meer nimm die watadi brauchse von dem gift hehehe Ah, wir haben jetzt auch jemand Fung dabei. Ups, Schule gefangen. War keine Absicht. So. Aber wo wir den, äh, den Trank machen. So, jetzt haben wir hier das Teil. Hier, 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 hier. Au, gewütet hier. Da ist die Spinne. Kommt hier auch auf den Trank. In den Kessel. Aber wo ist der Kessel? Hm. Oh, da hab ich den Nüffler gar getroffen. Ach, der hat mir den Kessel rausgeholt, der Nüffler. Fang! Den haben wir noch gar nicht gehabt, so als, ähm, also mit Dingens. So. Zack. Einmal. Dann noch die Spinne. Hier. Und dann noch einmal das Eis eben. Hier ist auch noch was. Aufmachen. Hier, kaputt machen wir uns, Lakorn. So, fang. Buddel mal hier. Boah, wie schnell der Buddeln kann. Wofür ist denn das? Wir haben keinen Weasley. Wie. Ah, hier ist noch was. Oh, noch was. Äh. Weiß doch gerade. Bluebox. Bauen wir die Bumpe auf. Wofür eigentlich den Trank jetzt brauchen? Hä? Hä? Okay. Äh, wir wollen den Zauber hier ändern. Okay, da haben wir das Eis. So, jetzt haben wir die grüne Brüe. So, das müssen wir gar nicht trinken. Ah. Okay. Und ich dachte, wir müssen das Zeug trinken. So. So. Oh. Ich hab's geholt. Ups. Passt nicht. Hahaha. Hm. Äh. Sag mal, ist das Gift schon weniger geworden? Also nicht die Flasche. Hm? Ah. Hm? Ah. No. Hm. 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 Da haben wir die Erinnerung. Level abgeschlossen. Ich habe immer, wo die ganzen Schilder sind. Bis auf das Schloss haben wir doch nichts. Ja doch, da war ja noch die verbotene Wald. Kann ja auch noch Sachen. Stimmt. Ah ja. Boah. Sechs Millionen dreihundert tausend Steine. Wenn du die hättest, dann könntest du die, dann könntest du auch, ähm, 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 du brauchst das Lego, kann man doch irgendwo verkaufen. Ich habe vielleicht so viele Steine, die du dann einfach mal vertickst. Warum wird mir hier angezeigt, achso, brauchen wir aber den Stärkungstrank. Ich kann hier immer noch nicht fliegen, ne? Ich kann hier immer noch nicht fliegen, ne? Junge. Hä? Können wir jetzt verarschen? Warum nicht? Geht immer weg? Jetzt aber. Eine Güte. Dum 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 dum. Geist. Sieh, was soll denn das? Was ist da einfach los? 78 goldene Steine. Kriege ich jetzt nur ein Besen her? Oder ist es tatsächlich erst dann, wenn man, ähm, in den siebten Leben, ähm, ja, hierhin kommt. Weil ich bin ja sowieso so gespannt bin, wie jetzt siebte Jahr, ähm, hier in Lego gemacht ist. Weil dann ja Hogwarts viel kaputt ist. Hier bin ich noch gar nicht gewesen. Hm. Zack, zack, zack. Eine Noppenmaster. Wenn wir hier Aquamentchen machen, das bringt auch nicht viel, ne? Weil wir so die Pflanze raus, die wir dann kaputt machen können. Auch wenn wir, äh, die Präsenz fliehen. Junge. Die Seite, ja, ist noch die ganze Luft, die klapfen, die klapfen. blauen oppen weg hier kommen da irgendwas professor britsche entdeckt immer noch keinen weg gefunden zu fliegen arme hermine na gut gehen wir mal dahin wo der nick uns haben will bestimmt stampe durchs büro erinnerung abgeben hat gott Vielen Dank.